Noch ein anderes Beispiel war das sogenannte TV-Duell von Björn Höcke gegen Mario Vogt hier bei der Welt. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ich bin noch nicht ganz fertig damit, es zu gucken. Das heißt, ich war gar nicht in Deutschland und habe dann erstmal gelesen darüber. Und mir scheint so, dass Herr Vogt vor allem gewonnen hat, dadurch, dass man ihn überhaupt wahrgenommen hat. Den kannten vorher gar nicht so viele. Also aus seiner Sicht ist das, glaube ich, eins zu eins aufgegangen. Was Herrn Höcke angeht, das ist zum Beispiel jemand, bei dem ich mit großen, großen, großen Widerständen mir den als Interviewpartner... Sie haben ihn noch nie interviewt? Ich habe den mal vor ganz vielen Jahren, da hießen wir noch Menschen beim Eisberger, da haben wir ihn zusammen mit Olivia Jones in einer Sendung gehabt. Da ging es um diese Genderfragen, kulturelle Fragen. Und da war ja ein ganz junger, aufstrebender, noch weitgehend unbekannter Politiker. Seitdem aber nicht mehr, nein. Ich habe aber sein Buch gelesen und ich kann nur jedem, der ein bisschen mehr wissen möchte über das, was passieren könnte, wenn die AfD regiert. Das heißt, nie zweimal in den selben Fluss. Ich verschicke das auch immer als PDF, denn da steht ganz viel von dem drin, was wirklich gedacht wird und im Zweifel dann aber auch nicht laut gesagt wird. Also das ist ja auch etwas, was stimmt. Die Art und Weise, wie gelogen wird, ist einfach größer bei manchen Protagonisten dieser Partei. Was mir aufgefallen ist an dem Gespräch oder worüber ich nachgedacht habe, ist, wie häufig darf man dann vermeintlich Partei ergreifen, indem man bei so einem Duell jetzt dazwischen geht und dann Herrn Höcke natürlich mehr stellt als Herrn Vogt bei seiner Thesen eben. Ganz schwierig. Und das ist ja wiederum die schwierige journalistische Frage. Absolut, das ist auch wirklich schwierig. Und dann geht es ja immer 2 zu 1 oder 3 zu 1 oder 4 zu 1 aus. Also was denken denn die Höcke-Wähler in dem Moment oder die Sympathisanten? Ganz schwierig. Die haben sich alle gegen uns verschworen. Ja, ich finde es ganz schwierig deshalb, weil man ja eben auch 10 Prozent, wenn es du an 90, weißt du, man weiß ja so viel und denkt sich dann immer, das muss man jetzt alles dazugeben. Also das sind alles Erwägungen, die wir wirklich, also einmal die Woche sitzen wir da und überlegen, ist es jetzt ein Thema, ist das Thema ein Thema oder wie macht man es oder macht man es gar nicht? Ich kann Ihnen darauf keine gute und keine, abschließend, erst recht keine einfache Antwort geben.